In diesen 16 Jahren haben Sie noch nie in eine 38er Größe reingepasst. Doch, Helbert, die kann unmöglich so in der Stadt rumlaufen. Wieso nicht? Das müssen Sie ändern, denn die ist nicht glücklich und die Stadt ist es auch nicht. Und von der Ware will ich gar nicht reden. Ganz im Gegenteil, ich würde sogar sagen, Sie haben zugelegt. Bitte? Carsten. Carsten! Du hast gewusst, dass du keinen Führerschein mehr hast. Und dass Carsten seine Reise braucht, um sich mal die Hörner abzuschloßen. Das wusste ich nicht. Umso schlimmer! Hätten Sie nur was dagegen, wenn ich Kratzer zusätzlich im Senkersgebiet vertrete? Frauen wollen betrogen werden. Hast du ein Problem damit? Und wenn ich das Teil hochhalte und sie überzeugt ist, mit welchen Teilen man das kombinieren muss und ordern will, dann fragst du... Papa, ich will da nicht mit rein. Dann fragst du... Wollen Sie fünf? Da reichen nur drei. Und das Ganze mit einem Lächeln. Glaubst du an den Scheiß? Eins. Alles in Ordnung. Ich hab mich verliebt. Nein! In deinen Kollegen. Papa, hörst du auf? Keiner ernst! Ich hab dein Ausbildungskonto geplündert. Zum Himmel! Bleib doch mal stehen! Mein Gott, warum hört denn hier keiner auf mich? Wir sind pleite. Vielen Dank! Ich hab mir das Lopez. Ich hab mich sehr leicht. Ich hab mich mit Arter gefallen. Ich habe mich mit 3D Karte. Ich hab mich bei dir. قد', ich hab mich h helmed. Ich habe mich gefragt. Gin сп προö اور faithful해야 dizendo. Ich hab mich mit dir. Ich hab mich über wie grip愿ert. Untertitelung des ZDF, 2020